Bereits zum 13. Mal findet am 17. Mai der Baltic Fashion Award in den drei Kaiserbädern auf der beliebten deutschen Insel Usedom statt. Bei dem einzigen internationalen Modewettbewerb der gesamten Ostseeregion präsentieren elf Nachwuchsdesigner ihre Kreationen vor einer hochkarätig besetzten Jury. Einige von ihnen erhalten dann im Folgejahr die Chance, ihre Kollektion auf der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin zu präsentieren. In einer einzigartigen Lage an der Ostsee findet das Event, das durch die Kaiserbäder und das Land Mecklenburg-Vorpommern initiiert wird, statt. Ein ganz besonderes Modeerlebnis für alle Teilnehmer. Am 17. Mai 2014 führt der Baltic Fashion Award eindrucksvoll junge Designer aus Europa zusammen. Dieser international beachtete Wettbewerb in den Kaiserbädern auf der Insel Usedom gilt als Sprungbrett für junge, talentierte Designer in eine erfolgreiche Zukunft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017